Musik Und, ach genau, da kommt ja Birkenholz hin, man muss das so machen, genau, das wird gehen, hoffe ich zumindestens Und wieder nach oben, nicht, ne, nicht hier nach oben Weil ich würde das gerne so machen, dass das hier oben eher so unser Aussichtsturm ist, wo wir jetzt nicht so oft sind Und ich würde gerne mein Haus nach unten verlegen, weil das ist ein bisschen nervig mit immer der Leiter klettern Wir können uns natürlich auch einen Aufzug zulegen Und da würde wieder einiges an, ja, Zeit und Ideenkosten, bis wir den mal umgesetzt hätten Ach nee, danke Eine Werkzeugkiste werde ich jetzt mal anlegen Ausrüstung nämlich, die am besten Eimer können da rein Sattel ist aus Ausrüstung nicht wirklich, das hier aber alles Und hier oben trinken die, da mache ich eine Extrakiste, aber das ist Ausrüstung Jetzt reiße ich hier mal die Truhen ein Das war natürlich ein Fehler Ja So Ha Hm Nee, Suppen lasse ich erstmal da Ausrüstung, was ist ja alles noch? Ausrüstung Ich weiß nicht, ob Tränke Ausrüstung sind Ich glaube eher nicht Schwere Entscheidung, was jetzt hier lassen Holzschwert Einmal, das kann ich auch wegwerfen Was soll ich mit einem Holzschwert Ganz ehrlich Ich habe 17 Level Zaubertisch Vollverzauberte Rüstung Was soll ich da noch mit einem Holzschwert Ich habe hier Ups, schon ganz schön gedamaged Obwohl da Unbreaking drauf ist Ich weiß noch nicht, ob das Wieso Spawned hier dauernd war Ja Inborder Genau, das sollte ja eine der Änderungen der 1.5 sein Wenn ich mich richtig erinnere Ich gucke erst mal BL7 Hier könnte was spawnen Also Fackel da hin Hier 6, das ist ganz schlecht Hier 9, 9, 9, 9 Hier geht es eigentlich Hier war kurz 7, glaube ich Ja Hier ist, ja Und dann Da kannst du die Knochen eigentlich auch noch mitnehmen Wenn ich jetzt das Brot esse So könnte ich ja sowieso So mache ich das auch nochmal so Und ja Kommen hier auch nochmal Kisten hin Und dann habe ich das auch schon bald mit der Einsortierung Das Schild muss ich hier nochmal bearbeiten Links ist Rohstoffe Rechts Ist Was war denn das? Verdammt Ausrüstung Vier Pfeil Ausrüstung Ausrüstung Wunderbar Ne Steinspitzhacke Bögen Bögen Schwert Diamantspitzhacke Schere Schere Flint and Steel Eimer Ja Das ist ja eigentlich alles Ausrüstung Mob Drop Das packe ich hier auch erstmal rein Obwohl ich Weiß Also obwohl ich auch vorhabe Das woanders hinzupacken Endappell ist auf jeden Fall auch Mob Drop Ich werde das auch woanders hinpacken Nur nicht jetzt Und ich brauche wieder ein Schild Und zwar mache ich hier rechts jetzt Warte das war immer So Freilassen Also 3, 4 Und das Und hier ist Never Neverwreck Davon haben wir so viel Ach komm, Sattel ist jetzt einfach auch Ausrüstung Ganz ehrlich, was soll ich mit so vielen Sätteln Dummdi-Dum-Di-Dum-Holz kommt da rein So, jetzt müssen wir den Rest noch holen Ja Ich weiß, das dauert lange und ist auch ein bisschen langweilig Aber ihr könnt das ja überspringen Ihr müsst ja diese Folgen nicht gucken, ich zwinge euch ja nicht Alles freiwillig, also Falls ihr keinen Bock mehr auf mich habt Guckt das einfach nicht mehr Ich brauche das nicht unbedingt Natürlich ist es schön Wenn man von vielen Leuten geguckt wird Und das war ein Fehler Sehe ich jetzt schon Ich brauche nochmal die Kiste Natürlich nicht genau das reinpacken Was ich gerade eigentlich mitnehmen will Nehme ich den Neverwreck Und Neverwreck Kann ich auch mitnehmen Machinen kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen Oder Wobei, vielleicht sind Schienen sogar die Lösung Nehme ich den Neverwreck Nehme ich den Neverwreck auf jeden Fall mit Und ja Die Schwerter kommen raus Ich brauche kein Schwein Und ja Dafür nehme ich noch eine Pilzsuppe mit Eigentlich wollte ich gerne die Kiste hier abreißen Toll Eben beim nächsten Mal Fällt mir auch Fetterfalling Boots Wäre auch geil Und mein Helm hat noch eine Haltbarkeit Der ist nicht kaputt Glück gehabt Weil manchmal kriegt ja auch Kriegt ja auch die ganze Rüstung durch den Fallschaden Damage Aber jetzt erstmal Never Das war hier Hinter Dam da dam da dam Dum di dum di dum Dum So die Neverwreck Ha 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 Sattel kommt hier hinten rein Nahrungskiste wäre vielleicht angebracht Ja Wäre es Warte mal Lays Roots Ach Komm ich lasse das erstmal so Und ich gehe jetzt erstmal hochpennen Ha da 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 Ich weiß sie waren nicht so produktiv bisher Aber ich bin doch noch angeschlagen Ich war krank lange Zeit Und hab das aber auch nicht so viel aufnehmen können Das ist schade Aber Ihr werdet kürzere Parts bekommen Das ist auch schade Aber naja Ich hoffe euch hat es trotzdem gefallen Und ihr Schaut auch mal bei meinen anderen Let's Plays rein Vielleicht Bei Mein Sie Oder Mein Set Ich weiß auch immer noch nicht Was eigentlich korrekt ist Weil beide Aussprachen kenne ich Eins ist britisch Und das andere Amerikanisch ist englisch Und ja da scheinen sich die Geister Wie man das jetzt aussprechen soll Jedenfalls Ich bedanke mich fürs Zuschauen Ich hoffe wir sehen uns an einem weiteren Video Und das habe ich schon gesagt Und Joa Schreibt mir bitte das Was ich euch gesagt habe In die Kommentare Joa Und dann Auf ein neues Adios